Moin Moin und guten Tag, mein Name ist Dr. Reinhard Goy und ich bedanke mich, dass Sie Interesse haben an meinem Partnerprogramm. Ein Partnerprogramm ist eine ganz geniale Geschichte und es ist im Prinzip überhaupt nichts Neues, denn Kunden werben. Kunden ist eine Marketingmethode, die es schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt. Durch Weiterempfehlungen erhält man die treuesten Kunden, denn wenn man eine gute Leistung erbracht hat, wird man natürlich gerne weiterempfohlen. Das geht für die Autowerkstatt genauso wie für ein Abonnement von Hör zu, Funkuhr, für Sie, Brigitte oder was auch immer. Dort bekommen Sie dann Kochtopf, Set oder irgendwas anderes. Das ganze System des Network Marketing beruht auf Kunden, empfehlen Kunden und im Internet nennt man sowas eben ein Affiliate-Programm oder ein Partnerprogramm. Sie müssen dazu allerdings nicht unbedingt Kunde sein, sondern es reicht, wenn Sie sich bei dem Partnerprogramm anmelden und das zeige ich Ihnen gleich, wie das geht. Dieses hier ist die Seite von meinem Partnerprogramm. Sie sind darauf gekommen wahrscheinlich, weil Sie zum Beispiel hier unten bei Twit Erfolg auf den Link Partnerprogramm geklickt haben. Auf meinen Seiten von Der Rote Faden wird ein Partnerprogramm natürlich auch bald entstehen, aber dazu muss erst dieses Video fertig sein. Sie kommen dann auf diese Seite, das ist die alte Seite von meinem Partnerprogramm, oder auf diese Seite, so sieht das neue Partnerprogramm aus. Und dort möchte ich Sie bitten, sich erst einmal in diesen Verteiler einzutragen. Das ist wichtig, damit ich Ihnen als Partner besondere Informationen zukommen lassen kann, die andere Partner oder reine Kunden gar nicht interessieren. Warum sollten Sie mich überhaupt weiterempfehlen oder an einem Partnerprogramm teilnehmen? Das steht hier unten, ein bisschen kleingedruckt, aber das ist für Sie natürlich der entscheidende Vorteil. Sie bekommen, wenn über Ihren Partnerlink etwas von mir verkauft wird, 50% des Preises auf Ihr Partnerkonto gutgeschrieben. Das heißt, die Hälfte dessen, was ein neuer Kunde bezahlt, den Sie geworben haben, das bekommen Sie von mir als Bonus bzw. als Erfolgsprovision. Sie müssen also gar kein eigenes Produkt haben, um das über Ihre Kanäle, Social Media oder Ihren Blog oder Ihre Internetseite zu bewerben, mit einem kleinen Banner, einem kleinen Link oder einem kleinen Video oder einem Text, den Sie geschrieben haben. Es reicht, wenn Sie über Ihren Partnerlink mein Produkt empfehlen und Sie verdienen dadurch genauso viel wie ich, der ich ja eigentlich die ganze Arbeit gemacht habe. Ich selber nutze Partnerprogramme selber von meinen Kollegen im Internetmarketing und ein Großteil meines Einkommens kommt über verschiedene Partnerprogramme zustande. Nachdem Sie sich also entschieden haben, bei mir mitzumachen und sich hier unten in meinen Verteiler für Affiliate-Partner eingetragen haben, kommen Sie auf meinen internen Partnerbereich. Und hier bekommen Sie jetzt alle weiteren Informationen, wie Sie Ihren Partnerlink erstellen und wie und wo Sie den bewerben können. Für alle die, die schon etwas länger im Internetmarketing tätig sind, mein Partnerprogramm oder mein Partnersystem, welches ich nutze, ist Clickbank. Ich bin hier bei Clickbank natürlich im Marktplatz zu finden. Ganz einfach, wer sich dort schon auskennt und dort angemeldet ist, geht einfach hier auf Bewerben nach der Anmeldung und erhält sofort seinen Partnerlink. Alle anderen müssen sich erst bei Clickbank anmelden. Dazu gibt es im internen Bereich ein spezielles Video. Ich freue mich, dass Sie Interesse an meinem Partnerprogramm haben und wenn Sie sich jetzt hier unten in den E-Mail-Verteiler eintragen, sehen wir uns gleich im internen Bereich meines Partnerprogramms wieder. Bis dahin viel Erfolg, alles Liebe, Gesundheit, bis zum nächsten Video, Ihr Doc Goy und Tschüss.